Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zur 14. Folge des Transfer-Talks. Das ist heute der zweite mit der Eintracht aus Frankfurt. Die Frankfurter haben dieses Jahr mal wieder eine Saison ohne Europa League, sprich der Kader wurde eher verkleinert als vergrößert. Es wurden ein paar Ergänzungen dazu geholt, aber an sich keine neuen wirklichen Stammspieler. Bislang läuft es so lala bei der Eintracht. Man hat sich natürlich ein bisschen mehr, oft auch leistungstechnisch, weil manchen spielen sicherlich deutlich mehr drin, punktemäßig somit auch. Ich bin mal gespannt, wie wir die Transfers bewerten werden, welche Noten wir verteilen, welche Note insgesamt rauskommen wird. Und vor allem natürlich auch die große Frage, muss denn Frankfurt im Winter noch einmal nachlegen? Aber erst einmal die Bewertung der einzelnen Transfers. Fünf neue gab es mit Steven Zuber, Armin Younes, Marco Schubert, Aydin Rustic und Ragnar Asche. Zudem noch ein Leihrückkehrer, wie zum Beispiel vor allen Dingen Ayman Barkok, der auch eine wirklich richtig gute Rolle spielt. Natürlich auch noch zum Beispiel Tuta, ein junger Infanter, hat ja auch nach Leihe zurückgekehrt. Aber wir beschäftigen uns erstmal nur mit den reinen Neuzugängen. Beginnen tun wir mit Steven Zuber. Zuber aus Hoffenheim gekommen, ein Bundesliga-erfahrener Mittelfeldspieler, ein sehr flexibler Mittelfeldspieler, hat ja auch mal teilweise bei Stuttgart gespielt, ist für 3 Millionen Euro nach Frankfurt gekommen. Im Gegensatz dazu, mir hat Kacinovic für die gleiche Summe nach Hoffenheim gewechselt. Also 10er abgegeben, Kreativspieler und dafür einen sehr flexiblen Mittelfeldspieler mit Steven Zuber bekommen. Der Tausch an sich ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Denn Kacinovic war ein interessanter Spielertyp, den sicherlich viele Frankfurt-Fans nie vergessen werden. Durch allein das Pokalfall in Berlin, wo er auch getroffen hat, durch seine Art und Weise, war er auch Publikumsliebling, war ein wirklich guter Spieler für die Eintracht. Aber, was eben auch viele sagen, er hat diesen nächsten Sprung, den nächsten Step einfach verpasst. Vom vielleicht auch Edeljoker bis hin zum wichtigen und unentbehrten Stammspieler. Auch deswegen wollte er den nächsten Schritt dann in Hoffenheim gehen. Dafür könnte man Steven Zuber sich schnappen. Ein, wie gesagt, flexibler Mittelfeldspieler, der vor allem über die linke Außenbank kommt, über rechts kommen kann, durchs Zentrum kommen kann. Vor allem auch für die Dreierkette ein sehr, sehr guter Spieler für Eintracht Frankfurt. Und bislang auch schon mit ein paar Spielen, ja, einfach gespielt. Denn Kostic hat sich verletzt und da wurde eben direkt Zuber dafür eingesetzt, was auch wirklich gut gelungen ist zu Beginn. Die letzten Spiele hat man schon gemerkt, ah, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen. Deswegen für mich ist das die Note 3, weil es einfach ein souveräner, guter Transfer ist. Aber halt auch nicht mehr, nicht weniger. Zuber ist eher nur der Backup. Dafür in Ordnung, aber natürlich auch dafür relativ teuer in Corona-Zeiten mit 3 Millionen Euro. Aber Fakt ist, Steven Zuber ist ein guter Spielertyp. Ich denke mal auch ein angenehmer Mitspieler für die Mannschaft, weil er eben natürlich auch die ganz klare Rolle hat, erst einmal nur der Backup zu sein für Philipp Kostic. Er hat es ganz gut gemacht, er hat es gut gelöst. Nicht mehr, nicht weniger, aber an sich ist es ein ordentlicher Transfer von der Eintracht aus Frankfurt. Kommen wir nun zu Armin Younes, ein Linksaußen ehemaliger Nationalspieler, der war beim Konfett-Karte 2017 mit dabei. Und damals hatte er auch so die stärkste Phase seiner Karriere. Durch den Wechsel zu Neapel ist ein bisschen was passiert. Da gab es ja auch viele Streitigkeiten, auch ein schlechtes Bild ist auf ihn geworfen worden. Und nun möchte er noch einmal neu beginnen in der Fußball-Bundesliga. Und das eben bei der Eintracht. Er ist als Linksaußen ein Spielertyp, den Frankfurt durchaus auch gesucht hat. Natürlich gibt es keinen klassischen Linksaußen in Frankfurt, Systeme 3, 5, 2. Aber man brauchte offensive Spieler, die vor allen Dingen auch Tempo und Kreativität mitbringen. Und da ist natürlich Armin Younes prädestiniert für. Bislang kommt er eher über Joker-Insätze, wie zum Beispiel gegen Köln oder auch gegen den VfB. Aber man merkt an dem auch schon, wenn er reinkommt, hat er noch mal eine ganz andere Energie und vor allem auch ganz andere Komponente auf dem Platz. Extrem gutes 1 gegen 1. Ein sehr, sehr guter rechter Fuß. Er ist ein Spielertyp, der sehr, sehr gerne von links in die Mitte zieht und dann auch den Abschluss sucht. Die Bewegung ist er oder hat aber gefühlt schon eingeimpft seit Jahren. Und Armin Younes ist zwar mittlerweile schon 27 Jahre alt, aber hat sicherlich das Potenzial dazu, weil Frankfurt ein wichtiger Spieler zu werden. Und für mich gibt es dort auch die Note 2, weil es einfach finanziell ein guter Transfer ist und vor allen Dingen eher auch der gesuchte Notzugang ist. Denn es war ja wirklich im Transparenz immer so, Frankfurt wollte und brauchte Spieler mit Kreativität und vor allem auch mit viel, viel mehr Tempo. Das war im letzten Jahr extrem das Problem, dass das Tempo fehlte. Vielleicht wurde auch aufgrund dessen der Europa-League-Platz verpasst, wodurch man eben in diesem Jahr keine oder nicht so viele englische Wochen hat wie viele andere Teams. Und Armin Younes ist genau der Spielertyp, den Frankfurt brauchte. Und deswegen dort auch aufgrund des Finanziellen von mir die Note 2. Markus Schubert, ehemaliger Schalker und Dresdner, letztes Jahr war Schalke auch teilweise Stammkeeper gewesen, dann wieder rausgenommen worden, keine leichte Zeit gehabt. Nun hat sich Frankfurt diesen Keeper ausgeliehen. Im Tausch dazu, Freddy Renau, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Keeper, ein extrem guter Backup von Kevin Trapp nach Schalke verliehen worden. Somit gab es dort einen einfachen Torwarttausch. Und die Sache ist, leistungstechnisch hat Frankfurt der Tausch eigentlich nichts gebracht. Denn Markus Schubert ist sicherlich noch nicht so weit Bundesliga-Stammspieler zu sein. Im Gegensatz dazu ist Frederik Renau schon. Man kann natürlich verstehen, dass Renau auch Frankfurt dann verlassen wollte, nachdem es auch Fashioners Kevin Trapp bleibt. Aber an sich hätte man natürlich mit Renau sicherlich die bessere Nummer 2 gehabt, rein von der individuellen Klasse her. Markus Schubert ist ein junger Bundesliga-Keeper, ein Keeper mit sicherlich Potenzial, der eine schwierige Zeit bei Schalke hat. Sicherlich tut es ihm auch gut, dass er nun bei Frankfurt ist. Von mir gibt es dort auch die Note 3, weil es für einen Backup wirklich gut ist. Natürlich ist auch für ihn ganz klar, Kevin Trapp ist die Nummer 1. Daran gibt es nichts zu rütteln. Dann ist natürlich auch die Frage, was bringt es, zwingt Markus Schubert nach Frankfurt zu gehen. Aber sicherlich für ihn einfach die Herausforderung und auch die Chance, beim anderen vor allem sich wieder mal beweisen zu können, das Schalke-Beben einfach hinter sich zu lassen, was es im letzten Jahr da einfach gab mit den ganzen Torwarttauschen da zwischen ihm und Nübel. Und deswegen an sich ein ordentlicher Transfer. Aber wie gesagt, Frederik Renau ist natürlich, ich denke mal, darüber muss man sich nicht streiten, die bessere Nummer 2. Aydin Rustic war schon eher auch ein Wunschspieler von Frankfurt, von Groningen gekommen für eine Million Euro. Was heißt Wunschspieler? Er war einfach ein Spieler, der auch Komponenten mitbringt als Zehner, die Frankfurt braucht, mit eben, wie bei Junos schon angesprochen, mit Kreativität und mit Tempo. All das bringt Aydin Rustic mit. Er war lange aufs Frankfurt-Zettel, es hat ein bisschen noch gedauert, bis der Transzettel über die Bühne ging, bis Ende September hat es dann eben sich auch hingezogen. Aber Aydin Rustic ist bislang noch nicht in Frankfurt angekommen. Man merkt ihm schon an, dass der Step von eben Groningen zu Frankfurt ein sehr, sehr großer ist. Bislang noch keinen wirklichen Einsatz gehabt, in den Freunderspielen in der National-Pause gegen Nürnberg einen positiven Eindruck hinterlassen, aber bis dahin gibt es von mir dort die Note 4. Was man eben sagen muss, dass Frankfurt wenig Geld zur Verfügung hat in diesem Sommer, man hat natürlich auch andere Silber fest verpflichten können, wenn man ansonsten eben Zubach, Rustic und Asche bezahlt, sprich eine Ablössumme gegeben. Und da, ja, funktioniert es bislang einfach noch nicht. Ich denke mal, Aydin Rustic bringt schon wirklich auch die Komponenten mit, die Frankfurt braucht, die Frankfurt gut tun, aber bislang kann er die noch nicht zeigen, weil er ihn noch nicht gespielt hat. Es dauert noch, bis er wirklich ankommt. Aber er ist halt auch ein Spiel, der schon in Anführungszeichen 24 ist, wodurch man dann schon auch sagen könnte, ja, da kann eigentlich schon vom Alter jetzt ein bisschen mehr kommen. Deswegen formiert dort die Note 4 mit aber. Auf jeden Fall, und jetzt nicht zu negativ klingen, mit Potenzial nach oben. Das auf jeden Fall. Und Ragnar Asche, gebürtiger Frankfurter, wollte gerne zur Eintracht wechseln. Das hat auch alles funktioniert. 2 Millionen Euro wurde gezahlt für den U21-Nationalspieler. Bitter für ihn. Er hat sich relativ zeitnah dann auch verletzt. Deswegen ist der Transparenz noch nicht zu bewerten. Ragnar Asche bringt Komponenten mit, wie Tempo, mit vor allem auch einer Dynamik, mit einem richtig guten Körper, auch einfach für das Frankfurter Spielsystem, der spannend werden kann. Ragnar Asche aktuell verletzt. Deswegen dort keine endgültige Bewertung möglich. Und nun kommen wir zur Gesamtnote. Und die kommt bei der Zusammenrechnung und dem Durchschnitt dann bei der glatten Note 3 raus. Mehr Tempo und Kreativität wurde gesucht und sie wurde auf dem Papier auch gefunden. Younes bringt sie schon auf den Platz. Rostic noch nicht. Asche und Zuba sind bislang nicht mehr als Alternativen. Bei Asche natürlich auch die Verletzung noch mit dabei gerechnet. Was man einfach sagen muss, dass alle Neuzugänge noch ein bisschen brauchen. Was aber an sich auch nicht schlimm ist. Denn Frankfurt ist dieses Jahr ein Team, was für mich das Potenzial zur Europa League hat, weil sie einfach nicht europäisch spielen. Das klingt ein bisschen furios, ist aber auch ganz einfach so gesagt. Und deswegen glaube ich, dass es im Winter schon noch vielleicht weitere Transners braucht. Hängt stark davon ab, wie schnell die anderen performen können. Wie Zuba, wie Younes, wie Rostic, wie dann auch wieder ein Ragnar Asche. Und wenn die allesamt gut performen, bin ich mir sicher, dass Frankfurt das Potenzial zur Europa League und dann auch gar keine neuen Zugänge mehr braucht. Ansonsten vielleicht noch ein, zwei für die Offensive. Ich glaube, dann kann es ganz gut funktionieren. Und Frankfurt ist ein wirklich spannendes Team mit diesem Kader. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit Mainz 05 und danach dann auch Dortmund, Bayern, Schalke. Also alle Bundesligisten kommen natürlich noch dran. Lasst gerne ein Abo und ein Like. Da checkt noch gerne alle gegen Thiele. Meine Bundesliga-Tipps zum 8. Spieltag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach es gut. Ciao und bleib am Ball. Bis zum nächsten Mal.